Die Wolfecker mögen ihr neues Rathaus. Es ist fertig, schon länger, aber ich habe es jetzt erst entdeckt, weil ich aus den USA wieder in Wolfeck bin. Das neue Rathaus hat Lichteffekte, Lichttechnik vom Feinsten. Selbst die ISS hat geschrieben, hallo Wolfeck, wir sehen euch. So hell ist das Licht um das Rathaus in Wolfeck. Ein Einheimischer sagte zu mir, er heißt Jürgen, möchte seinen Namen aber nicht voll erwähnt haben. Ich hoffe bloß auch, dass ihr alle da den auch, den am aller Licht aufgeht. Das sind tolle Worte und die werden auch gehört, denn das Rathaus leuchtet. Und der neue Vorplatz vom Rathaus hat mich besonders beeindruckt. Da ich viel mit dem Hubschrauber unterwegs bin, kann ich bestimmt mal landen. Wenn eine Riesenveranstaltung ist, auf dem Truchsesplatz hier in Wolfeck im Allgäu.